Kapitel 29a Abstimmungsprobleme Teil 1 Die Lehrer Es war erschreckend, wie schnell die ganze Sache aus der Kontrolle geraten war. Albus, begann Minerva, während sie gemeinsam die große Halle durchschritten. Sie versuchte nicht einmal, die Besorgnis in ihrer Stimme zu verbergen. Es muss etwas geschehen! Für gewöhnlich war die Stimmung in Hogwarts von den Weihnachtstagen heiter und ausgelassen. Die große Halle war bereits wie üblich, in Rot und Grün geschmückt, was auf das Gedenken an zwei Schüler aus Gryffindor und Slytherin zurückging. Ihre Hochzeit an den Weihnachtstagen war zu einem Häuser- und Bündnisse überwindenden Symbol der Freundschaft geworden, was sich mittlerweile sogar in den Ländern der Muggel verbreitet hatte. Die rot-grüne Tradition war darüber hinaus beinahe ebenso alt wie Hogwarts selbst und allein deshalb schon jedes Jahr wieder eine Freude. Doch dieses Jahr war etwas anders. Beim Abendessen blickten die Schüler nervös über die Schulter oder warfen den anderen Tischen boßhafte Blicke zu und an so mancher Tafel wurde sogar hitzig gestritten. Man hätte die Stimmung als angespannt bezeichnen können, doch dieser Ausdruck erschien in Manava bei weitem nicht ausreichend. Er drängte sich stattdessen das Stichwort Fünfter Grad der Vorsicht auf. Man nehme eine Schule, teile sie in vier Häuser und schicke dann auch noch in jedem Jahrgang drei Armeen in den Krieg. Im Grunde waren die Folgen vorher selber gewesen. Dass inzwischen längst nicht nur die erste, dass der Partei für Drachen, Sonnenschön oder Chaos ergriffen, kam noch erschwerend hinzu. Auch diejenigen, die offiziell zu keiner Armee gehörten, waren längst Teil einer Armee geworden. Die Schüler trugen Abendbänder mit dem Zeichen des Feuers, dem Smiley oder der erhobenen Hand und pfergsten einander in den Korridoren. Und das, obwohl alle drei Generäle der Erste es da versucht hatten, ihnen Einheit zu gebieten. Selbst Draco Malfoy hatte sie in diesem Punkt angehört und schließlich krimmig genickt. Doch auf die vorgeblichen Anlänge der drei hatte das keinerlei Auswirkungen gehabt. Sie hatten den Appellen schlicht keine Beachtung geschenkt. Dumbledore ließ seinen Blick mit der Drücktermine über die Tische schweifen. In einer jeden Stadt, rezitierte der alte Zauberer mit sanfter Stimme, ist alles Volk von Alters her gespalten, in die Blauen und die Grünen. Die Fraktionen bekämpfen ihren jeweiligen Gegner, ohne auch nur im Entferntesten zu wissen, zu welchem Zweck sie sich in Gefahr begeben. Und so erwächst in ihnen eine Feindschaft gegen ihre Nächsten, die keinen Ursprung kennt und nie erlarmt, geschweige denn, dass sie je verschwende. Denn selbst der Bund der Ehe, die Kraft der innigsten Freundschaft oder die direkte Verwandtschaft vermögen die Feindschaft derer, die sich nach jenen Farben scheiden, nicht zu überwinden. Ich für meinen Teil vermag dies nicht anders zu benennen, als eine furchtbare Krankheit der Seele. Verzeihung, unterbrach Minerva den Vortrag des Schulleiters. Ich verstehe nicht ganz. Sie ließ die Worte im Raum hängen. Oh, Copius, sagte Dumbledore. Sie nahmen ihre Wagenrennen wirklich sehr ernst, damals im alten Rom. Ja, Minerva, ich stimme Ihnen zu, dass etwas geschehen muss. Und zwar bald, sagte Minerva, und ihre Stimme wurde noch eindringlicher. Albus, ich glaube, dass es noch vor dem kommenden Samstag geschehen muss. Am Sonntag würden die meisten Schüler Hogwarts verlassen, um die Feiertage mit ihren Familien zu verbringen. Daher fand die finale Schlacht der drei Armeen der Erstlässler, also die Schlacht, die entscheiden würde, wer Professor Quirrels dreimal verluchten Weihnachtswunsch gewann, am Samstag statt. Dumbledore wandte sich zu ihr um und studierte sie mit schwermittigem Blick. Sie fürchten, dass die ganze Sache sonst unkalkulierbar wird und sich womöglich jemand ernsthaft verletzt. Minerva nickte. Und dass Professor Quirrell die Schuld an den Ereignissen gegeben wird, ergänzte er. Minerva nickte erneut. Ihre Miene war angespannt. Sie hatte schließlich schon einige Erfahrungen damit, auf welche Weise Verteidigungsprofessoren in Hogwarts üblicherweise gefeuert wurden. Albus, begann Minerva noch einmal, wir dürfen Professor Quirrell jetzt nicht verlieren. Wir dürfen einfach nicht. Wenn er wenigstens bis Januar durchhält, werden alle unsere Fünftlässe ihre ZHGs bestehen. Und wenn er es sogar bis zum Mai schafft, werden auch unsere Fünftlässe ihre UTZ-Probleme das meistern. Und mal ganz abgesehen davon, bedenken Sie bitte, was Quirrell in den vergangenen Monaten alles erreicht hat. Ihm gelang es, Jahre der Vernachlässigung des Verteidigungsunterrichts in wenigen Monaten wieder aufzuholen. Unter seiner Anleitung kann eine ganze Generation heranwachsen, die in der Lage ist, sich trotz des Fluchs des Dunklen Lords selbst zu verteidigen. Damit das gelingen kann, sehe ich nur einen Weg. Sie müssen die Schlacht verhindern, Albus. Verbieten Sie die Armeen. Jetzt! Ich bin nicht sicher, wie gut der Verteidigungsprofessor mit einer solchen Entscheidung zurechtkommen würde, sagte Dumbledore und blickte zum Lehrertischen über, wo Professor Quirrell gerade in seiner Suppe sabberte. Seine Armeen schienen ihm sehr wichtig zu sein, obwohl ich natürlich davon ausging, dass es vier Armeen in jedem Jahrgang geben würde, als ich mein Okay für die ganze Sache gab. Der alte Zauberer seufzte. Quirrell ist zweiflos ein intelligenter Mann, der wahrscheinlich die besten Absichten hegt. Doch ich fürchte, er ist nicht intelligent genug, um die Folgen seiner Planung richtig einschätzen zu können. Und bedenken Sie bitte, ein Verbot der Armeen könnte die von Ihnen ins Spiel gebrachte Explosion ebenso auslösen. Aber Albus, was werden Sie dann tun? Der alte Zauberer überdachte sie mit einem nachsichtigen Lächeln. Nun, ich schmiede selbstverständlich einen Plan. Das scheint in Harquatsian zwischen die neue Mode zu sein. Inzwischen waren sie dem leeren Tisch so nahe gekommen, dass Minerva nichts mehr darauf erwidern konnte. Sie seufzte ein letztes Mal und nahm schweigend Platz. Die Generäle Büro des Verteidigungsprofessors Es war erschreckend, wie schnell die ganze Sache außer Kontrolle geraten war. Die erste Schlacht unbezahlbar war, zumindest wenn man das glaubte, was er gehört hatte, chaotisch verlaufen. Die zweite Schlacht war völlig verworren gewesen. Und die nächste würde mit größter Wahrscheinlichkeit noch schlimmer werden. Es sei denn, die drei hatten weder erwartenden Erfolg mit ihrem letzten verzweifelten Versuch, das zu verhindern. Professor Crivel, das ist schierer Wahnsinn, sagte Draco gerade raus. Es hat nichts mehr damit zu tun, wie ein Slytherin zu denken oder zu handeln. Es ist einfach... Draco verstummte. Ihm fehlten schlicht die Worte. Er begann, hilflos mit den Händen zu gestikulieren. Mit dem Wissen, um all den Unsinn, der aktuell vor sich geht, ist es einfach unmöglich, irgendwelche echten Pläne zu schmieden. In der letzten Schlacht hat einer meiner Soldaten seinen eigenen Selbstmord vorgetäuscht. Wir haben hafthaft die Versuche, in Verschwörungen auszuhacken. Und obendrein auch noch davon überzeugt sind, dass sie das tatsächlich könnten. Aber natürlich können sie das in Wahrheit nicht. Und das hat, genau wie vieles andere, gravierende Folgen. Inzwischen passieren nur noch rein zufällig irgendwelche Dinge. Der Ausgang einer Schlacht hat nichts mehr damit zu tun, wie er am cleversten ist oder wessen Armee am besten kämpft. Es ist... Widerbrach Draco ab. Er konnte es nicht einmal beschreiben. Ich muss Mr. Murphy zustimmen, kam Granger ihm zu Hilfe. Sie klang dabei wie jemand, der nie erwartet hätte, dass er sich diese Worte je wieder sagen hören. Verräter zu erlauben funktioniert nicht, Professor Quirrell. Draco erinnerte sich an seine gescheiterten Versuche, seine Armee zu verbieten, entsprechende Pläne zu schmieden. Das hatte lediglich zur Folge gehabt, dass die Verschwörungen im Untergrund ausgerandelt worden waren. Und im Grunde war das sogar verständlich. Denn wer wollte schon außen vorbleiben, wenn die Soldaten in den anderen Armeen nach Herzenslust Pläne spielen dürften? Nachdem die Drachen ihre letzte Schlacht jämmerlich verloren hatten, hatte er schließlich eingelenkt und seine Weisung zurückgezogen. Aber zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät gewesen. Seine Soldaten hatten bereits begonnen, ihre eigenen Pläne in Gang zu setzen und sich dabei natürlich kein bisschen untereinander abgesprochen. Nachdem er sich von all ihren Plänen, oder zumindest davon, was die Soldaten behaupteten, zu planen, hatte berichten lassen, hatte er versucht, für die letzte Schlacht seinen eigenen Plan, der sie alle beinertete, zu entwerfen. Ob dieser tatsächlich gelingen würde, war allerdings mehr als fraglich. Er setzte erheblich mehr als drei verschiedene Dinge voraus, die voneinander unabhängig, reibelungslos funktionieren mussten. Dementsprechend hatte Draco das Papier mit einem Incendio in Brand gesetzt und ihm mit Avertu die Asche verschwinden lassen müssen. Denn wenn Vater das gesehen hätte, wäre er entehrt worden. Professor Cribbils Augenlider waren halb geschlossen und sein Kinn ruhte auf den Händen, als er sich an seinem Schreibtisch vorbeugte. Und Sie, Mr. Potter, wandte sich der Verteidigungsprofessor an Harry. Schließen Sie sich dem ebenfalls an. Wir bräuchten jetzt nur noch, Franz Ferdinand zu erschießen. Dann könnten wir den Ersten Weltkrieg lostreten, entgegnete Harry. Das Chaos ist perfekt. Mir gefällt's. Harry! rief Draco völlig geschockt. Erst noch in der langen Sekunde wurde ihm klar, dass er das exakt zur selben Zeit und in dem exakt gleichen empörten Ton war, wie Granger gesagt hatte. Granger warf ihm einen erstaunten Blick zu und Draco bemühtte sich in eine möglichst neutrale Miene. Ups. Genau so ist es, rief Harry erfreut. Ich untergehe euch! Alle beide! Schon wieder! Ha ha ha! Professor Cribbils lächelte dünn. Seine Augen waren noch immer halb geschlossen. Weshalb, wenn ich fragen darf, Mr. Potter? Weil ich glaube, mit dem Chaos besser umgehen zu können, als Miss Granger oder Mr. Malfoy, sagte der Verräter. Unser Krieg ist ein Nullsummenspiel und es spielt keine Rolle, ob es im absoluten Sinn einfach oder schwierig ist. Es geht nur darum, wer besser oder schlechter abschneidet. Harry Potter lernte erheblich schneller, als erwartet. Professor Cribbils Augen wanderten unter den Liedern umher und fixierten erst Draco, bevor sie zu Granger hinüberglitten. Um die Wahrheit zu sagen, Mr. Malfoy und Miss Granger, ich könnte es mir einfach nicht verzeihen, das große Debakel vor seinem Höhepunkt zu beenden. Ich gebe zu bedenken, dass es einer ihrer Soldaten mittlerweile sogar bis zu einem Vierfachagenten gebracht hat. Vierfach? fragte Granger mit skeptischem Blick. Aber es gibt doch nur drei Seiten in diesem Krieg. Ja, bestätigte Professor Cribbils. So sollte man zumindest meinen. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich stolz auf diese Entwicklung bin. Ich glaube nicht, dass es jemals in der Geschichte einen Vierfachagenten oder auch nur eine Armee mit einem solch hohen Anteil an vorgeblichen und echten Verrätern gegeben hat. Wir erforschen in neue Gefilde, Miss Granger. Und wir können, ja wir dürfen gerade jetzt, nicht umkehren. Draco verließ das Büro des Verteidigungsprofessors mit heftig knirschenden Zähnen. Granger folgte ihm mit sogar noch wütenderer Amine. Harry schloss die Tür des Büros mit einem zufriedenen Lächeln. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast, Harry! Füll Granger General Potter an. Sorry, sagte Harry und klang dabei ganz und gar nicht so, als zählte es ihm auch nur im geringsten Leid. Seine Lippen waren zu einem diabolischen Grinsen verzogen. Denkt dran, Hermine, es ist nur ein Spiel. Warum sollten Generale wie wir die Einzigen sein, die Pläne spielen dürfen? Und mal davon abgesehen, was wollt ihr zwei schon dagegen machen? Euch gegen mich zusammentun? Draco tauschte einen Blick mit Granger. Er wusste, dass sein Gesicht ebenso angespannt war wie ihres. Harry war es mit der Zeit immer öfter und mit immer unverholender Schadenfreunde gelungen, einen Fortlust Dracos Weigerung zu ziehen, mit einem Schlammblut gemeinsame Sache zu machen. Draco hatte es langsam satt, sich auf diese Weise ausnutzen zu lassen. Wenn das noch lange so weiterging, dann... Ja, dann würde er sich mit Granger verbünden. Natürlich nur, um Harry Potter zu vernichten. Ab dann würde er immerhin sehen, wie diesem Sohn eines Schlammbluts das gefiel. Und diese Vorstellung war durchaus reizvoll. Hermine. Verlassener Klassenraum. Es war erschreckend, wie schnell die ganze Sache außer Kontrolle geraten war. Hermine betrachtete das Pergament, das Sabine gegeben hatte, und fühlte sich vollkommen hilflos. Sie sah viele Namen und Linien, die diese Namen mit anderen Namen verbanden. Einige der Linien hatten verschiedene Farben. Es war zum Verrücktwerden. Sagen Sie mir, sagte General Granger, gibt es irgendjemand in meiner Armee, der kein Spion ist? Die beiden befanden sich außerhalb ihres Büros, allein in einem weiteren verlassenen Klassenraum. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, die nicht so geschieht, weil Colonel Sabiney sich beinahe sicher war, dass es sich bei zumindest einem der Captains um einen Verräter handelte. Sabiney vermutete, dass es sich um Captain Goldstein handelte, aber er wusste es nicht mit Sicherheit. Ihre Frage hatte den jungen Slytherin zu einem ironischen Lächeln veranlasst. Blaise Sabiney wirkte ihr gegenüber immer ein wenig herablassend. Aber immerhin schien er ihr, im Gegensatz zu Draco Malfoy oder Harry Potter, keine offene Verachtung entgegenzubringen. Anfangs war sie besorgt gewesen, dass Sabiney sie verraten könnte, doch mittlerweile war sie sich ziemlich sicher, dass das nie passieren würde. Der Junge schien vollauf damit beschäftigt zu beweisen, dass er den anderen beiden Generälen in nichts nachstand. Da war kein Platz mehr für hintergründige Aktionen. Herminey war sich selbstverständlich dennoch darüber im Klaren, dass Sabiney sie unter anderen Umständen höchstwahrscheinlich bereitwillig an jeden verraten hätte, doch er würde niemals zulassen, dass Malfoy oder Harry gewannen. Und das war ihr aktueller Vorteil, den sie zu nutzen wissen würde. Die meisten ihrer Soldaten sind ihnen immer noch treu ergeben. Da bin ich mir ziemlich sicher, beantwortete Sabiney ihre Frage. Es will einfach nur niemand bei dem Spaß außen vor bleiben. Der verächtliche Ausdruck auf dem Gesicht des Slytherins machte deutlich, was er von diesen Leuten hielt, die Verschwörung nicht ernst nahm. Die Soldaten denken, sie könnten Doppelagenten sein und insgeheim für unsere Sache arbeiten, während sie gegenüber den anderen vorgeben, uns zu hintergehen. Und das gilt wahrscheinlich ebenso für jeden aus den anderen Armeen, der sagt, er wolle unser Spion sein, oder? fragte Hermine vorsichtig. Der junge Slytherin zog ihn mit den Schultern. Ich denke, dass ich ziemlich gut einschätzen kann, wer Malfoy wirklich an sie verraten will. Bei Pasha bin ich mir dagegen nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, ob ihnen überhaupt irgendjemand wirklich Potter ausliefern will. Aber Nott wird ganz sicher Potter an Malfoy verraten. Und da ich Antwistle vorgeblich auf Malfoy's Geheiß an den Hörberrand treten lassen, könnte das zu einem nicht unerheblichen Vorteil für uns werden. In Wirklichkeit berichtet Antwistle und es schlitzte sie an uns. Hermine schloss einen Moment lang die Augen. Wir werden verlieren, oder? Bedenken Sie, entgegnete Sabine geduldig, dass sie im Augenblick in Firmen sind, was die Kürbepunkte angeht. Wir dürfen diese letzte Schlacht nur nicht völlig verlieren. Dann haben Sie auf jeden Fall genügend Kürbepunkte, um den Weihnachtswunsch zu gewinnen. Professor Kürbepunkte hatte angekündigt, dass sie bei der letzten Schlacht ein formelles Punktesystem verwenden würden. Es war um ein solches System gebeten worden, damit verhindert werden konnte, dass das Ergebnis im Nachhinein angefochten wurde. Demnach bekam ein General zwei Kürbepunkte für jeden Treffer eines Soldaten der eigenen Armee. Um transparent zu machen, welche Armee gerade Punkte erzielt hatte, würde nach jedem Treffer ein Gong auf dem Schlachtfeld, das, zumindest wenn es nach Hermine ging, gern wieder der Wald werden konnte, ertönen. Dessen Tonhöhe würde dann anzeigen, welcher Armee die Punkte erzielt hatte. Für zusätzliche Transparenz sorgte darüber hinaus ein System, das nur vorgetauschter Treffer ohne Nachteil für den geschickten Schauspieler enttarte. Wenn jemand lediglich vorgab, getroffen worden zu sein, würde der Gong zunächst trotzdem ertönen, um dann jedoch nach einer unbestimmten Zeitspanne mit einem doppelten Gong den Widerruf des Ersten zu verkünden. Zusätzliches Chaos schuf demgegenüber die Regel, dass man mit der Nennung des Namens einer Armee seine Zugehörigkeit zu dieser wechseln konnte. Wer etwa Für Sonnenschein rief, wurde augenblicklich zum Soldaten eben dieser Armee. An diesem Punkt hatte selbst Hermine den vermeintlichen Fehler im Regelwert erkennen können. Doch Professor Kirlow war noch nicht fertig gewesen. Er hatte weiterhin verkündet, dass jemand, der etwa ursprünglich Sonnenschein zugeordnet war, niemand im Namen Sonnenscheins erschießen konnte. Oder um genau zu sein, konnte man das schon. Aber es war alles andere als ratsam, denn dann verlor Sonnenschein einen einzelnen Quirlenpunkt, der durch einen dreifachen Gong angezeigt wurde. Diese Zusatzregel sollte verhindern, dass man seine eigenen Soldaten ausschaltete, um weitere Punkte zu erzielen oder aus sich selbst erschoss, bevor einen der Feind erwischen konnte. Gleichzeitig war es jedoch weiterhin möglich, im Falle des Falls ein tarnter Spione zu erschießen. Gegenwärtig hatte Hermine 244 Quirrell-Punkte, Malfoy hatte 219 und Harry hatte 221. In jeder Armee gab es nach wie vor 24 Soldaten. Wir kämpfen also vorsichtig, kam Hermine zum Thema zurück, und versuchen einfach nur, nicht allzu hoch zu verlieren? Nein, widersprach Savini. Sein Gesicht wurde ernst. Das Problem ist, dass Malfoy und Potter beide wissen, dass sie nur gewinnen können, wenn sie sich zusammentun und uns gemeinsam vernichten. Höchstwahrscheinlich planen sie, erst danach den Kampf unter sich auszutragen. Also denke ich, dass wir Folgendes tun sollten. Hermine fühlte sich beim Verlassen des Klassenzimmers leicht benebelt. Savinis Plan hatte nicht gerade auf der Hand gelegen und erschien er zugleich seltsam, kompliziert und verschachtelt zu sein. Es war eher die Art von Plan, die sie von Harry anstatt von Savini erwartet hätte. Und schon die Tatsache, dass sie überhaupt dazu in der Lage war, einen solchen Plan zu begreifen, fühlte sich irgendwie falsch an. Junge Mädchen sollten keine solchen Pläne verstehen können. Wenn der Hood gesehen hätte, dass sie dazu fähig wäre, einen solchen Plan zu verstehen, hätte er sie mit Sicherheit nach Slytherin geschickt. Sie seufzte. Harry Büro der Chaosregion Es war fantastisch, wie schnell das Chaos eskalieren konnte, sobald man es mit voller Absicht zuließ. Harry saß in seinem Büro und betrachtete zufrieden seine Umgebung. Man hatte ihm die Erlaubnis erteilt, von den Hauselfen Möbel zu ordern. Und so hatte er nicht nur einen Thron, sondern auch in schwarz und purperot gemusterte Vorhänge herbeischaffen lassen. Schalachrotes Licht, das sich mit den Schatten, der von draußen hereinströmenden Sonne mischte, floss sie Blut über den Boden. Irgendetwas tief in Harry hatte das Gefühl, er sei endlich daheim angekommen. Harry blickte auf. Vor ihm standen seine vertrauenswürdigsten Lakaien, die vier Leutnants von Chaos. Dass es sich bei einem von ihnen um ein Verräter handelte, war nicht nur sicher, sondern auch naheliegend. Perfekt. Genau so sollte das Leben sein. Wir sind versammelt, begann Harry. Lass Chaos regieren, erwiderten seine vier Leutnants im Chor. Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Ahle, fuhr Harry fort. Ich werde die Schalter nicht kaufen, sie ist so zerkratzt, erwiderten die vier Leutnants erwartungsgemäß einstimmig. Und aller mimsige Burg Goven, die Momen rathausgraben. Damit waren die Formalitäten abgeschlossen. Wie schreitet die Verwirrung voran? fragte Harry im trockenen Flüsterton. Wer gut, General Chaos, entgegnete Neville in dem Tonfall, den er bei militärischen Angelegenheiten immer anzustimmen pflegte. Er war so tief, dass Neville oft innehalten und sich räuspern musste. Doch das war es zweifellos wert. Der Chaos-Leutnant war in seinem schwarzen Schulumhang, den das Gelb des Hauses haftbar verzierte, betontformell gekleidet. Sein Haar war darüber hinaus so gescheitelt und gekämmt, wie es für einen aufrechten jungen Mann angemessen war. Harry hatte dieser Widerspruch besser gefallen als alle Kutten, die sie ausprobiert hatten. Unsere Legionäre haben seit gestern Abend fünf neue Pläne in Gang gesetzt, unterbrach Neville seine Gedanken. Harry grinste bösartig. Hat einer davon Aussicht auf Erfolg? Ich denke nicht, sagte Neville. Hier der Bericht. Exzellent, sagte Harry mit einem frostigen Lächeln, als Neville das Pergament aus der Hand nahm. Jetzt gab er sich alle Mühe, seine Stimme so klingen zu lassen, als rastete der Staub in seiner Kehle. Das hob die Gesamtzahl der Pläne auf 60. Sollte Draco doch versuchen, damit umzugehen. Sollte er es nur versuchen. Und was Blaze Sabini betraf? Harry lächelte erneut und musste sich dieses Mal nicht einmal anstrengen, um es böse aussehen zu lassen. Er sollte sich für die Treffen mit seinem Stab wirklich von irgendwem einen Kniesel leihen. Dann könnte er während der Unterredung unentwegs eine Katze streicheln. Kann die Legion jetzt mit den Plänen aufhören? fragte Finnegan. Ich meine, haben wir nicht schon genug? Nein, antwortete Harry knapp. Es kann niemals genug Verschwörungen geben. Professor Crivel hatte es perfekt auf den Punkt gebracht. Sie loteten die Grenzen aus, vielleicht weiter als jemals zuvor, und Harry würde es sich nie verzeihen können, wenn er ausgerechnet jetzt einen Rückzieher gemacht hätte. Ein Klopfen an der Tür unterbrach das Gespräch. Das dürfte der General der Drachen sein, sagte Harry und zeigte erneut sein bösseitiges Lächeln. Ganz wie erwartet. Führt ihn herein und schließt die Tür danach von außen. Unsere Besprechung ist fürs Erste beendet. Die vier Leutnants verließen den Raum mit finsteren Blicken in Richtung des feindlichen Generals, der nun Harrys geheimen Unterschlupf betrat. Harry gönnte sich einen Moment des versonnenen Lächelns. Sollte er das nicht mehr tun dürfen, wenn er älter wurde, so würde er einfach immer elf Jahre alt bleiben. Harry und Draco weiterhin Büro der Chaos-Legion. Die Sonne strahlte mit voller Kraft durch die roten Vorhänge hindurch auf Harrys gepolsterten Sessel. Der selbstverständlich in Erwachsenengröße gefertigte Sessel, den Harry mit goldenen und silbernen Glitter bestreut hatte und den er hartnäckig als seinen Thron bezeichnete, war wirklich ein Prachtstück. Harry betrachtete die ebenfalls von der Sonne geschaffenen roten Strahlen, die wie Blut über den Boden zu tanzen schienen. Draco warf ebenfalls einen Kurzblick auf das Schauspiel. Seine Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, Harry Potter zu stürzen, bevor diese die Weltherrschaft übernehmen konnte, verstärkte sich einmal mehr. Draco wagte sich ein Leben unter seiner Regentschaft inzwischen nicht einmal mehr vorzustellen. Guten Abend, Drachen-General, eröffnete Harry Potter mit eisigem Flüstern das Gespräch. Sie sind da, genau wie von mir erwartet. Was nicht überraschend war angesichts der Tatsache, dass Harry und er den Zeitpunkt dieses Treffens im Vorhinein vereinbart hatten, dachte Draco. Und Abend war es darüber hinaus keineswegs, aber egal. Draco verwisste sich eine entsprechende Bemerkung, denn mittlerweile wusste er es besser. General Potter, entgegnete er stattdessen so würdevoll wie irgend möglich. Ihnen ist bewusst, dass unsere beiden Armeen zusammenarbeiten müssen, damit einer von uns Professor Quirrells Weihnachtsfondsch gewinnen kann, oder? Sehr richtig, zischte Harry so, als dächte er, dass er ein Paselmund sei. Wir müssen kooperieren, um Sonnenschein zu zerstören, bevor wir die Sache dann unter uns austragen können. Doch wir müssen auch bedenken, dass es demjenigen, der den anderen bereits zuvor betrügt, einen wichtigen Vorteil in unserem späteren Kampf einbringen könnte. Und dann ist da natürlich auch General Sonnenschein, der all dies ebenfalls bewusst ist. Sie wird zweifellos versuchen, uns beiden vorzutäuschen, dass der jeweils andere ihn betrogen habe, woraufhin sie und ich, denen auch diese Tatsache selbstverständlich bekannt ist, versuchen werden, den anderen zu betrügen und diesen Betrug gleichermaßen auf Grangers Hinterlist zurückzuführen. Und das wiederum war Granger ebenfalls. Draco nickte. So viel war offensichtlich. Und hinzu kommt, dass es uns beiden nur um den Sieg geht. Es gibt keinen Dritten, der einen von uns bestrafen würde, wenn wir einander verraten. Exakt, bestätigte Harry Potter. Seine Miene war ernst geworden. Wir befinden uns in einem erstklassigen Gefangenen-Dilemma, wie es in Buche steht. Draco nickte. Er hatte die Worte, die Harry zu diesem Thema gesagt hatte, noch besten zum Kopf. Denen sah das idealtypische Gefangenen-Dilemma wie folgt aus. Zwei Gefangene, denen jeweils nur geringfügige Taten nachgewiesen werden konnten, wurden in getrennten Zellen gesperrt. Bei beiden reichten die vorliegenden Beweise lediglich aus, um sie zu zwei Jahren Haft zu verurteilen. Nun hatten jedoch beide Gefangene die Möglichkeit, gegen den jeweils anderen auszusagen, um damit ihre eigene Haftstrafe um ein Jahr zu reduzieren. Im Gegenzug würde sich die Strafe des anderen um zwei Jahre verlängern. Wenn dann beide Gefangenen gestanden und gegen den anderen auszuhackten, mussten beide drei Jahre ins Gefängnis. Bei der dritten Variante, nämlich der, dass beide kooperierten und schwiegen, hatten sie mit jeweils zwei Jahren Gefängnis zu rechnen. Und bei der letzten Option schließlich, nämlich der, dass einer gestand und der andere kooperierte, musste der Geständige nur ein Jahr im Gefängnis verbringen, während auf den Kooperierenden vier Jahre zukamen. Wie also sollten sich die Gefangenen im Idealfall entscheiden, wenn sie keine Gelegenheit hatten, die Entscheidung des anderen zu erfahren und ihre Wahl auch nicht mehr nachträglich ändern konnten? An diesem Punkt in Harrys Ausführungen hatte Draco angemerkt, dass der dunkle Lord während des Zaubererkrieges einfach jeden Todesser, der ihn verraten hatte, tötete und das dargestellte Problem damit gar nicht erst entstand. Dass das tatsächlich nicht nur eine mögliche Lösung des Gefangenendilemmas darstellte, sondern dass sich beide Todesser aus genau diesem Grund höchstwahrscheinlich sogar die Existenz eines dunklen Lords wünschen würden. Diese Antwort hatte Draco länger beschäftigt. Er hatte Harry um eine Pause gebeten, um die Sache eine Weile zu überdenken, bevor sie fortfuhren. Dabei war ja zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Geschichte alligen Aufschluss darüber gab, wieso Vater und seine Freunde willentlich einem dunklen Lord zu diensten gewesen waren. Denn der war schließlich oft nicht besonders nett zu ihnen gewesen. Harry hatte diese These anschließend bestätigt. Er sah in dem dargestellten Kontext einen wesentlichen Grund, warum Menschen überhaupt Regierungen hatten und ihnen folgten. Denn, so hatte Harry argumentiert, auch wenn ein Einzelner einen Vorteil daraus ziehen mochte, wenn er jemand anderem etwas stahl, so würde ein Land jedoch im Chaos flinken, wenn jeder das tat. Letztlich wurden dann alle schlechter dastehen. Und genauso war es vom Gefangenen-Dilemma. Zwar profitierte ein Gefangener davon, wenn er als Einziger gestand, aber sobald beide das taten, wurde es für sie beide zum Nachteil. Damit es nicht so weit kam, ließen sich die Menschen Harry zufolge ebenso von Regierungen beherrschen, wie sich die Tod der Star 1 zum dunklen Nord beherrschen ließen. An dieser Stelle hat der Draco erneut um eine Pause gebeten. Er war bisher davon ausgegangen, dass ehrgeizige Zauberer die Macht ergriffen, weil sie herrschen wollten, und dass die anderen sich beherrschen ließen, weil sie ängstliche kleine Haftplafs waren. Und auch wenn er nun länger darüber nachdachte, das schien immer noch wesentlich plausibler als Harrys Theorie. Doch er gab durchaus zu, dass Harrys Perspektive faszinierend war, auch wenn sie nicht zutraf. Harrys Lektion war damit allerdings noch nicht beendet gewesen. Er war noch einmal auf das Gefangenen-Dilemma zurückgekommen und hatte erklärt, dass die Furcht vor der Strafe durch eine dritte Partei nicht der einzige mögliche Grund war, aus dem man sich in einer solchen Situation zur Kooperation entscheiden konnte. Um das zu verstehen, sollte er sich vorstellen, das Spiel gegen eine magisch erzeugte, völlig identische Kopie seiner selbst zu spielen. Draco waren die Konsequenzen dieses Lektaris sofort klar gewesen. Wenn es Streit Dracos gäbe, würde natürlich keiner der beiden wollen, dass dem anderen etwas Schlimmes widerfuhr. Ganz zu schweigen davon, dass sich selbstverständlich auch kein Malfoy je einen Verräter würde schimpfen lassen. Als Draco diese Einschätzung verkündete, hat Harry erneut genickt und erklärt, dies sei eine weitere Lösung des Gefangenen-Dilemmas. Wenn Menschen aneinander wichtig waren, sie ein bestimmtes Ehrgefühl hegten oder wenn sie bestrebt waren, ihren guten Ruf zu wahren, konnten sie unter Umständen ungeachtet der Folgen für sie selbst kooperieren. Harry war sogar so weit gegangen, zu behaupten, dass es in der Realität ziemlich schwierig war, ein echtes Gefangenen-Dilemma zu schaffen. Im realen Leben kümmerten sich die Menschen seiner Ansicht nach üblicherweise umeinander oder stellten zumindest ihre Ehre oder ihren Ruf über alles. Zudem bestand die Möglichkeit, dass sie von einer weiteren Instanz, wie einem dunklen Lord, weiteren womöglich viel schwerwiegendere Strafen fürchten mussten, als von der klassischen Justiz. Doch auf einen solchen Fall hatte Harry nicht hinausgewollt. Stattdessen hatte er Draco gebeten, von der Krippie eines absolut selbstsüchtigen Menschen auszugehen. Die Wahl eines passenden Beispiels war ihnen nicht schwergefallen. Sie hatten sich ohne jede Diskussion für Pansy Parkinson entschieden. Draco sollte also davon ausgehen, dass jede Pansy sich allein darum scherte, was mit ihr geschah. In diesem Szenario gab es keinen dunklen Lord. Pansy kümmerte sich kein bisschen um irgendeine Art von Ruf. Sie besaß keinerlei Ehrgefühl und sie fühlte sich der anderen Gefangenen auch in keiner sonstigen Weise irgendwie verpflichtet. Was, hatte Harry gefragt, wäre dann die rationale Entscheidung für Pansy? Sollte sie kooperieren oder sollte sie gestehen? Manche Menschen behaupteten laut Harry, dass Pansy unter rein rationalen Gesichtspunkten, betrachtet, gegen ihre Kopie aussagen sollte. Doch Harry und irgendeine weitere Person, namens Douglas Hofstetter, glaubten, dass diese Menschen sich irrten. Harrys Begründung von dieser Einschätzung hatte in Dracos Ohren wiederum durchaus plausibel geklungen. Denn wenn Pansy aus rein rationalen Gründen heraus gestand, dann würde die andere Pansy exakt genauso denken und dementsprechend das gleiche tun. Also blieb Pansy im Endeffekt nur die Wahl zwischen einer Welt, in der beide Pansys kooperierten und einer Welt, in der beide Pansys gestanden. Dass beide diesem Fall besser wegkamen, wenn sie kooperierten, lag auf der Hand. Bei ihrem damaligen Gespräch hatte sich das alles durchaus vernünftig angehört. Doch nun kam Draco ein Gedanke. Und damit zurück zum aktuellen Problem. Wenn Harry ernsthaft davon ausging, dass rationale Menschen im Gefangenen-Dilemma gestanden, so hätte er diese Form von Rationalität bestimmt nicht verbreitet. Denn ein Land oder eine Verschwörung voller rationaler Menschen würde unzweifelhaft im Chaos versinken. Rationalität wäre damit etwas, wovon man nur seinen Feinden erzählte. Du hast mir damals erzählt, sagte Draco, dass die rationale Lösung des Gefangenen-Dilemmas darin bestehe, zu kooperieren. Aber natürlich würdest du wollen, dass ich das glaube, nicht wahr? Wenn er, Draco, sich nun also davon täuschen ließ und tatsächlich kooperierte, so würde Harry hinterher nur wieder freudig verkünden, dass er ihn reingelegt hatte und ihn zu allem Überfluss auch noch auslachen. Ich würde dir keine falschen Lektionen erteilen, antwortete Harry ernst. Aber ich muss dich daran erinnern, Draco, dass ich damit keineswegs sagen will, du solltest automatisch kooperieren. Nicht bei einem wahren Gefangenen-Dilemma, mit dem wir es hier zweifellos zu tun haben. Was ich sagen will, ist lediglich, dass du, wenn du entscheidest, nicht so denken solltest, als entscheidest du nur für dich selbst oder als entscheidest du für jedermann. Du solltest stattdessen davon ausgehen, für alle Menschen zu entscheiden, die dir in dem Maße ähnlich genug sind, dass sie in deiner Situation wahrscheinlich aus demselben Gründen dasselbe tun werden wie du. Ach ja, und vergiss nicht, da wäre auch die Vorhersagen derer zu berücksichtigen, die dich gut genug kennen, um dein Verhalten zutreffend vorherzusagen. Wenn du das immer beherzigst, wirst du dein rationales Handeln nie aufgrund der korrekten Vorhersagen, die andere Leute über dich treffen, bereuen müssen. Bei der Gelegenheit, erinnere mich daran, dass ich dir in näher Zukunft einmal Newcoms Problem erklären muss. Doch zurück zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Die Fragen, die du und ich uns also stellen müssen, Draco, sind folgende. Sind wir einander so ähnlich, dass wir in der gleichen Situation wahrscheinlich dasselbe tun werden, was auch immer das sein mag? Treffen wir unsere Entscheidungen größtenteils auf dieselbe Weise? Oder falls es nicht so ist, kennen wir einander wenigstens gut genug, um die Handlung des anderen vorherzusagen? Kann ich also vorhersagen, ob du kooperieren oder mich verraten wirst? Oder kannst du im Gegenzug vorhersagen, dass ich entschieden habe, dasselbe zu tun, was du meiner Vorhersage nach tun wirst? Weil ich wiederum weiß, dass du vorhersehen wirst, wie ich entscheide? Spätestens bei den letzten Fragen war Draco völlig ausgestiegen. Er musste sich erheblich anstrengen, um auch nur die Hälfte davon zu verstehen, was Harry davon sich gegeben hatte. Immerhin war die korrekte Antwort damit offensichtlich Nein. Ja, antwortete Draco. Eine Pause entstand. Ich verstehe, sagte Harry schließlich. Er klang ein wenig enttäuscht. Na schön, ich schätze, dann werden wir uns wohl etwas anderes einfallen lassen müssen. Draco konnte nicht glauben, dass das funktioniert hatte. Harry und er diskutierten es wieder und wieder durch. Bereits lange vor dieser Besprechung waren sie darin übereingekommen, dass ihre Taten auf dem Schlachtfeld nicht als gebrochene Versprechen im wahren Leben zählten. Obwohl Draco nach wie vor verärgert darüber war, was Harry in Professor Crivelts Büro getan hatte, und das hatte er auch deutlich gemacht. Doch wenn sie sich beide weder auf Freundschaft noch auf Ehre verlassen konnten, so blieb die Frage offen, wie sie ihre Armeen zur Zusammenarbeit bewegen sollten, um Sonnenschein zu schlagen. Vor allem, wenn man bedachte, dass Cranjash hier unendlich viele Möglichkeiten offenstanden, um einen Keil zwischen sie zu treiben. So ließen Professor Crivelts Regeln, es nicht allzu verlockend erscheinen, die Soldaten der anderen Armeen von Sonnenschein töten zu lassen. Denn dadurch erhöhte sie schließlich nur der Einsatz, den man selbst erbringen musste. Aber sie verleiteten doch jede Seite dazu, abschüssig zu stehlen, anstatt wie eine einzige Armee zu agieren. Und die Folgen dieses Arrangements waren nicht gerade leicht einzuschätzen. Hermine Gänge von Norquards Hermine war auf dem Rückweg zu den Schlafseen der Ravenclaws. Sie achtete nicht wirklich darauf, wohin sie lief, weil sie im Geiste mit den Konzepten von Krieg und Verrat und anderen altersunangemessenen Dingen beschäftigt war. Da bog sie völlig gedankenverloren um eine Ecke und strieß prompt mit einem Erwachsenen zusammen. Sorry, sagte sie automatisch und dann unwillkürlich. Hick! Nur keine Sorge, Miss Granger, entgegnete ein freundliches Lächeln oberhalb eines silbernen Bartes, den nur der Schuhleiter von Norquards auf diese Weise trug. Ihnen sei gänzlich vergeben. Dumbledors Anblick hatte alle ihre Reflexe schlagartig zum Erliegen gebracht. Vollkommen unfähig zu jeder weiteren Bewegung blickte Hermine in das freundliche Gesicht des mächtigsten Zauberers der Welt, der aus dem Großmeister und ganz hohes Tier war. Dass er außerdem, sofern man den entsprechenden Gerüchten glaubte, bereits vor Jahren durch die Belastung des Kampfes gegen den dunklen Lord in den Wahnsinn getrieben worden war und dass darüber hinaus unzählige weitere mysteriöse Fakten rund um seine Person nach und nach in ihrem Gehirn aufpoppten, machte die Sache auch nicht gerade leichter. Ihre Erwiderung beschränkte sich dementsprechend auf einige kleine Quiekgeräusche. Tatsächlich, Miss Granger, vor Albus Percival Wilfrid Brian Dumbledore fort, als hätte er ihre Reaktion gar nicht mitbekommen, ist unser Auftreffen ein höchst glücklicher Umstand. Ich habe mich nämlich just in diesem Moment gerade gefragt, was die drei tapferen Generäle unserer aufstrebenden Armeen sich wohl als Wünsche an Professor Kribble haben einfallen lassen. Draco, Schauplatz der letzten Schlacht, Samstagmorgen. Der Samstag erstrahlte hell und klar am Horizont. Die Schüler von Hogwarts sprachen nur nach einem verhaltenen Flüstertun miteinander, so, als könne beim ersten lauten Geräusch ein Pulverfass in die Luft gehen. Draco stand am Rande des heutigen Schlachtfeldes und hing seinen Gedanken nach. Er hatte eigentlich gehofft, dass sie erneut in den oberen Stockwerken von Hogwarts kämpfen würden. Professor Kribble hatte diesen Schauplatz vor einiger Zeit mit der Begründung ausgesucht, dass Kämpfe im echten Leben viel eher in Städten als in Wäldern stattfanden. Und seiner Meinung nach ließ sich dieser Umstand durch das Kämpfen in den Räumen und Korinor in der Stuhle gut simulieren. Da der Drachentrupp sich bei den folgenden Schlachten an diesem Ort gut geschlagen hatte, wäre Draco das damals mit Bändern eingegrenzte Gebiet auch heute sehr recht gewesen. Aber leider hatte sich Professor Kribble, genau wie Draco befürchtet hatte, für dieses besondere Ereignis nicht mit dem bereits Bekannten zufrieden gegeben. Stattdessen hat er sich etwas wirklich Besonderes einfallen lassen. Und Draco war sich auch nach stundenlangem Grübeln nicht sicher, was er davon halten sollte. Das Schlachtfeld bei der See von Hogwarts. Und sie kämpfen nicht in Booten, sondern unter Wasser. Natürlich waren dafür entsprechende Vorkehrungen getroffen worden. Der Riesenkrake war vorübergehend betäubt worden. Wirksame Zauber hielten die Krinde los vom Ort des Geschehens fern. Und Professor McGonagall hatte mit den Wassermenschen gesprochen. Darüber hinaus waren an alle beteiligten Schüler Zaubertränke ausgegeben worden, mit denen sie unter Wasser nicht nur atmen, sondern auch klar sehen, miteinander sprechen und fast so schnell, wie sie in Land gerannt wären, schwimmen konnten. Für Letzteres mussten sie sich nur mit den Füßen abstoßen. In der Mitte des vor Draco liegenden Schlachtfelds schwebte schließlich eine gewaltige silberne Sphäre, die aus der Ferne wie ein kleiner Unterwassermund wirkte. Dieser Mond würde ihnen zumindest zu Beginn bei der Orientierung helfen. Im Verlauf der Schlacht würde sich das allerdings ändern. Professor Quirrell hatte erklärt, dass der Mond noch einiger Zeit langsam abnehmen und sich letztlich völlig verdunkeln würde. Falls die Schlacht nicht bereits vorher endete, würde sie spätestens zu diesem Zeitpunkt vorbei sein. Soweit die klarsklaren Fakten. Wie Draco mit dem Krieg im Wasser umgehen sollte, war leider weit weniger eindeutig. Fest stand nur, dass man im Wasser keine Verteidigungslinie bilden konnte, da sich Angreifer aus jeder Richtung nähern würden. Zu bedenken war außerdem, dass man selbst mit dem Zaubertrank in der Finsternis des Sees nicht allzu weit sehen konnte. Für den Fall, dass man sich zu weit vom Ort des Geschehens entfernte, gab es dieses Mal zudem eine weitere neue Regel. Bei den früheren Schlachten hätte Professor Quirrell eine Armee, dieses zerstreute und floh, instatt zu kämpfen, einfach für besiegt erklärt. Doch heute kam das Punktsystem zur Anbindung und Draco sah ein, dass dieser Umstand eine andere Regel notwendig machte. Wer also zu weit wegschwamm, begann nach einer Weile zu leuchten und wurde damit zu einem besonders leichten Opfer. Etwaige Pläne, Attentäter zu spielen, waren dabei selbstverständlich mit einkalkuliert. Sie waren der Grund, warum man erst nach einigen Minuten zu leuchten anfing. Genug der wirren Gedanken. Es war in der Zeit, die eigene Armee auf den bevorstehenden Sieg einzustimmen. Draco blickte sich ein letztes Mal prüfend um. Der Drachentrupp war zu Beginn des Spiels im tiefen Wasser platziert worden. Über ihn strahlte in weiterer Entfernung der schillernde Unterwassermond. Das trübe Wasser um sie herum wurde zur Zeit noch größtenteils von Dumas-Zaubern erhält, die seine Soldaten aber natürlich umgehend löschen würden, sobald sie ihre Manöver begannen. Es gab keinen Sinn, sich dem Gegner zu erkennen zu geben, bevor man selbst ihn sah. Zumindest lag das auf der Hand. Draco trat dann Parma mit den Füßen auf und ab und schob sich damit in eine höhere Position, von der aus er auf seine im Wasser schwebenden Soldaten herabschauen konnte. Unter Dracos eisigen Blick erstarben die zuvor schon sehr verhaltenen Unterhaltung fast augenblicklich. Mit einer erfreulichen Mischung aus Besorgtes und Furcht blickten seine Soldaten zu ihm auf. Hört mir jetzt genau zu, begann General Malford seine letzte Ansprache. Seine Stimme klang ein wenig tiefer als sonst und wurde in regelmäßigen Abständen von Blubbertönen unterbrochen. Hört mir jetzt sehr genau zu, erklang es in Dracos Ohren. Immerhin wurde der Klang dafür auch deutlich weiter getragen. Wir können das hier nur auf eine Weise gewinnen. Wir müssen uns mit Chaos gegen Sonnenschein verbünden und Sonnenschein besiegen. Dann tragen wir die Sache mit Potter aus und holen uns den Gesamtsieg. Das muss unbedingt geschehen. Verstanden? Egal was sonst noch vor sich geht, das muss genau so passieren. Und dann erklärte Draco seinem mehr oder weniger erstaunten Soldaten den Plan, denn er und Harry sich hatten einfallen lassen. Und sollte irgendeiner eurer Pläne dem in die Quere kommen, was ich gerade gesagt habe, schloss Draco, dann werde ich den Verantwortlichen in Brand stecken, sobald wir aus dem Wasser herauskommen. Habt ihr das verstanden? Ein nervöser Chor von Herr Woltz erklang. Ach ja, und an all diejenigen, die geheime Befehle erhalten haben. Seht zu, dass ihr sie buchstabengetreu ausführt, ergänzte Draco nach einer kurzen Pause. Etwa die Hälfte seiner Soldaten nickte ganz offen. Draco unterdrückte mühsam eine spontane Reaktion. Er beschloss, sie zur Exekution vorzumärken, wenn er an die Macht kam. Dass all diese persönlichen Befehle volliger Unsinn waren, stand auf einem anderen Blatt und sollte für jeden halbwegs klar denkenden Menschen eigentlich selbstverständlich sein. Einer der Drachen sollte etwa einen Auftrag von einem falschen Verräter an einen anderen Drachen übermitteln. Und einem zweiten Drachen hatte Draco heimlich im Vertrauen aufgetragen, alles zu berichten, was der erste Drache sagte. Um seine Leute zu sich zu motivieren, hatte Draco allen an den geheimen Aktionen beteiligten Drachen erzählt, dass der Ausgang des gesamten Krieges von ihrem jeweiligen Einsatz abhängen könnte und dass er sehr hoffe, sie verstünden, wie viel wichtiger als ihre bereits bestehenden Pläne Lisa sei. Mit etwas Glück würde er mit diesem Manöver all die Dummköpfe bei Laune halten können und vielleicht obendrein sogar noch ein paar Spione enttarnen, wenn die Berichte Aufschluss über nicht in Anweisung entsprechendes Verhalten gaben. Dracos wirklicher Plan, um gegen Chaos zu gewinnen, war dagegen... Er war zwar leichter umzusetzen als der, den er verbrannt hatte, aber Vater hätte er immer noch nicht gefallen. Doch daran ließ sich nun nichts mehr ändern, denn ihm war leider trotz aller Bemühungen einfach nichts Besseres eingefallen. Und dass der Plan unmöglich gegen irgendjemand anderen als Harry Potter funktionieren konnte, sprach zudem immerhin für ihn. Außerdem war der Plan im Grunde, zumindest wenn er seinem Verräter Glaube schenkte, ursprünglich sogar Harrys Idee gewesen, was Draco wiederum eigentlich ohnehin schon vermutet hatte. Also hatten Draco und sein Verräter ihn nur ein wenig modifiziert. Was dabei herauskam, würde sich in wenigen Minuten zeigen. Harry, Schauplatz der letzten Schlacht, Samstag Morgen. Harry nahm einen tiefen Atemzug und fühlte, wie das Wasser völlig selbstständig in seinen Lungen plätscherte. Sie hatten im Wald gekämpft, wo er nicht die Chance gehabt hatte, es zu sagen. Sie hatten in den Korridoren von Hogwarts gekämpft, wo er nicht die Chance gehabt hatte, es zu sagen. Sie hatten in der Luft gekämpft, wo jedem Soldaten ein Besen zugeteilt worden war und es hatte wieder nicht ganz gepasst. Harry hatte zwischenzeitlich schon geglaubt, dass er nie, oder zumindest nicht, solange er noch jung war und es sich echt anfühlte, die Chance bekommen würde, jene Worte zu sagen. Die Chaos-Legionäre beobachteten ihren General voller Verwirrung, der mit den Füßen nach oben, hin zum Fernlicht der Oberfläche und mit dem Kopf nach unten in Richtung der trüben Tiefen gerichtet schwamm. Warum steht hier alle auf dem Kopf? schallte der junge Kommandeur seiner Armee. Dann begann er zu erklären, wie man kämpfte, nachdem man sich von seiner ursprünglich bevorzugten Ausrichtung der Schwerkraft frei gemacht hatte. Hermine, am Ufer, Beginn der Schlacht Ein dumpfer, dröhnender Gong haltete durch das Wasser. Augenblicklich tauchten Sabini und Anthony mit fünf weiteren Soldaten hinab in die trüben Tiefen des Sees. Pavati Patil, die einzige Gryffindor in der Gruppe, wandte einen Moment lang in den Kopf und winkte den anderen fröhlich zu, bevor sie ebenfalls hinabtauchte. Und einen Moment später gemeinsam mit Scott und Matt im Wasser verschwand. Weitere Soldaten der Sonnenscheinarmee gestalteten ihren Abgang weniger spektakulär. Sie versanken einfach. General Granger schluckte einen dicken Kloß in ihrem Hals herunter, während sie ihre Leute verschwinden sah. Sie wusste nur zu gut, dass sie mit dieser Teilung ihrer Armee alles riskierte. Sie hätte auch einfach versuchen können, so viele feindliche Soldaten wie möglich mit sich zu nehmen. Quatsch, unterbrach Hermine ihre Gedanken einen Augenblick später selbst. Sabini hatte ihr schließlich nicht umsonst erklärt, dass und warum sich keine Armee rühren würde, bis sie nicht einen Plan hatte, mit dem sie den Sieg so gut wie sicher in der Tasche hatte. Aus diesem Umstand hatte Sabini, die nach einigem Nachdenken, auch in ihren Augen einzig logische Konsequenz gezogen. Sonschein konnte nicht einfach selbst einen von den anderen unabhängigen Plan aufstellen, um zu gewinnen. Ihre einzige Chance bestand stattdessen darin, die beiden anderen Armeen so lange in dem Glauben zu lassen, dass sie gewinnen würden, bis es zu spät war. Hermine sah sich nach ihren verbliebenen Soldaten um. Ernie und Ron wirkten noch immer geschockt, während Susan den verschwindenden Soldaten mit berechnendem Blick hinterherblickte. Der Rest ihrer Armee, also das, was davon auch übrig war, wirkte einfach nur verwirrt. In Kombination mit den ein wenig seltsam anmutenden Ornamenten aus diffusem Licht, die ihre im Wasser treibenden Uniformen sprengelten, war dieser Anblick nicht unbedingt aufmunternd. Egal. Was jetzt? fragte Ron. Jetzt warten wir, sagte Hermine gerade so laut, dass alle Soldaten es mitbekamen. Es fühlte sich eigenartig an, mit dem Mund voller Wasser zu reden. Obwohl sie inzwischen schon einiges gesagt hatte, verschwörte sie immer noch das Gefühl, mit jedem Wort irgendeine furchtbare Unhöflichkeit betischt zu begehen und sich zusätzlich von oben bis unten vollzusabbern. Uns alle, die wir hierbleiben, wird es erwischen. Aber das wäre sowieso passiert, wenn Drachen und Chaos es gegen uns zusammentun. Unsere Aufgabe besteht einzig und allein darin, so viele wie möglich von ihnen mitzunehmen. Ich habe einen Plan, meldete sich der eine Sonnentönssoldatin zu Wort. Erst mit einiger Verzögerung erkannte Hermine Hannah. Ihre Stimme war zunächst schwer einzuordnen gewesen. Er ist, naja, ziemlich kompliziert. Aber ich weiß, wie wir die Drachen und Chaos dazu bringen können, gegeneinander zu kämpfen. Ich auch, unterbrach sie Faye bestimmt. Ich habe einen Plan. Wisst ihr, dass Neville Longbottom insgesamt auf unserer Seite ist? Du hast mit Neville geredet? mischte sich Ernie mit der Pötelstimme ein. Das kann nicht sein. Ich war doch derjenige, der... Daphne Greengrass und ein paar andere Slytherins, die nicht mit Zabine gegangen waren, konnten ihr Kichern kaum zurückhalten, als nach und nach zahlreiche Nein, wartet, ich war der, der Longbottom rekrutiert hat, ruft aus den Reihen der Soldaten erschalten. Aus der Minusblick sprachen gegen nichts als totale Erschöpfung. Erst als alle verstumpft waren, begann sie wieder zu sprechen. In Ordnung. Haben wir es nun alle verstanden? Alle eure Pläne waren von Chaos oder manche auch von den Drachen erfunden. Jeder, der Harry oder Malfoy wirklich verraten wollte, ist nicht zu euch, sondern direkt zu mir oder zu Sabine gekommen. Vergleicht einfach eure Geheimpläne, dann seht ihr es selbst. Was Verschwörungen angeht, mag ich nicht so gut sein wie Sabine. fügte Hermine im Stillen hinzu. Aber ich verstehe immer, was mir meine Offiziere mitteilen. Und genau deshalb hat Professor Criwell mich zum General gemacht. Sie reißberte sich. Also haltet euch nicht mit irgendwelchen Plänen auf, wenn die anderen Armini hier eintreffen. Kämpft einfach, okay? Eine kurze Pause folgte. Bitte, ergänzte Hermine dann. Sie hatte es einfach nicht unterdrücken können. Einen Moment und blickten sie alle schweigend an. Aber... begann Andy dann mit ehrlich schockierter Hermine. Neville ist doch ein Hufflepuff. Willst du damit etwa sagen, dass er uns angelogen hat? Daphnes Reaktion folgte prompt. Sie lachte so laut und so hemmungslos, dass die entweichende Luft sie im Wasserkopf über herumwirbeln ließ. Hermine war froh, dass Ron zu einer Antwort ansetzte, noch ehe sie reagieren konnte. Ich weiß nicht, was Longbottom derzeit ist, erklärte er finster, aber ich bin fast sicher, dass er kein Hufflepuff mehr ist. Nicht mehr, seit Harry Potter ihn in die Finger bekommen hat. Wisst ihr, mischte sich Susan ein, dass ich Neville genau das vor kurzem gefragt habe. Er meinte daraufhin, dass er jetzt ein Chaos-Hufflepuff sei. Das führte nun doch zu weit vom Thema weg. Jedenfalls, gehalte sich Hermine zu sagen, hat Sabine jeden mitgenommen, den wir für einen Spion hielten. Demals müssen wir uns mit unserer derzeitigen Armee nicht mehr allzu sehr über die Schulter schauen. Oder zumindest hoffe ich das. Anthony war ein Spion? Rehf Ron alarmiert. Pavati war eine Spionin? keuchte Hannah nicht weniger aufgebracht. Pavati war die totale Spionin, bestätigte Daphne in Brust von der Überzeugung. Sie hat in einem Spionsschuhladen eingekauft und Spion Lippenstift getragen. Und eines Tages wird sie einen netten Spion-Ehemann heiraten, und viele kleine Spione kriegen. Ein durch das Wasser hallender Gong unterbrach ihr Gespräch. Er verkündete, dass Sonnenstein soeben zwei Punkte gemacht hatte. Kürzlich darauf folgte ein dreifacher Gong. Die Drachen hatten einen Punkt verloren. Hermine rief sich ins Gedächtnis, dass es Verräter nach dem Besarster bei der ersten Schlacht im Dezember verboten worden war, Generäle zu töten. Damit waren alle drei Generäle in der ersten Minute erschossen worden. Doch mit etwas Glück. Oh, machte sie. Das klingt jetzt mache Mr. Crabbe ein kleines Nickerchen. Unter Wasser In der Schlacht Die Armeen schwamm wie zwei Fischschwärme nebeneinander her. Neville Longbottom bewegte sich mit langen, fließenden Bewegungen durch das Wasser. Egal in welcher Richtung man sich auch bewegte, bemühte man sich stets, dem Feind die kleinstmögliche Angriffsfläche zu bieten, ihm also den Kopf oder die Füße zuzuwenden. Diese Anweisung seines Generals hatte Neville voll und ganz verinnerlicht. Also tauchte er wieder und wieder mit dem Kopf zuerst hinab und achtete peinlich genau darauf, dass der Feind immer unten blieb. Währenddessen ließ Neville seinen Kopf während er schwamm, genau wie alle anderen Chaos-Legionäre in der Armee und unterbrochen in alle Richtungen rotieren. Er blickte in schneller Folge nach oben, nach unten, umher, zu jeder Seite und begann dann wieder von vorn. Dass er dabei nicht nur ausschauen nach Sonnenscheinsoldaten hielt, sondern auch jegliche Anzeichen dafür, dass ein Chaos-Legionär seinen Zauberstab gezogen hatte und im Begriff war, sie zu verraten, permanent überwachte, verstand sich vor selbst. Üblicherweise warteten Verräters vor die Viren des Gefechts ab, um zuzuschlagen, doch der frühe Gang hatte sie bereits alle in eine höchste Alarmbereitschaft versetzt. Und genau dieser letzte Umstand machte Neville, wenn er ehrlich war, irgendwie traurig. Im November war er ein Soldat einer geeinten Armee gewesen, in der alle am gleichen Strang zogen, untereinander halfen. Doch jetzt war davon nicht mehr viel übrig geblieben. Stattdessen suchten sie alle fortwährend nach dem ersten Anzeichen eines möglichen Verrats ihrer Kameraden. General Chaos mochte es so vielleicht mehr Spaß machen, aber Neville sah das gänzlich anders. Ihm hatte es vorher deutlich besser gefallen. Punkt. Die früher als oben bekannte Richtung wurde stetig heller, als sie der Oberfläche und damit Sonnenschein immer näher kamen. Zauberstäbe raus, orderte General Chaos an. Neville zurückzog die Zauberstäbe und richtete sie direkt voraus in Richtung des Feindes. Gleichzeitig scannten sie ihre Umgebung noch schneller und aufmerksam als zuvor. Wenn es unter ihnen Sunny Verräter gab, zurückte für sie der Zeitpunkt, um zuzuschlagen, näher und näher. Aus den Augenwinkeln sah Neville für einen Moment den anderen Fisch warm, der sich ebenfalls der Oberfläche näherte. Wenn er es richtig wahrgenommen hatte, taten die Drachen genau dasselbe wie sein Trupp. Jetzt! hörte er die fernste Stimme des Drachengenerals. Jetzt! rief auch General Chaos. Feel Sunshine! riefen alle Soldaten in beiden Armeen und tauchten zeitgleich nach unten. Zuschauer-Tribüne neben dem See. Leer Tisch. Was? entfuhr es Minervan unwillkürlich. Sie beobachtete die Schirme gemeinsam mit ihren Kollegen von einem Platz in direkter Nähe des Sees aus. Mit ihrem Aufschrei war sie nicht alleine. Er heilte an vielen Orten in der direkten Umgebung wieder. Genau wie bei der ersten Schlacht war er ganz vor kurz zur Stelle, um sich kein Detail entgehen zu lassen. Professor Krivel lacht und trocken. Ich habe sie gewarnt, Schulleiter. Es ist unmöglich, Regeln aufzustellen, in denen Mr. Potter keine Lücke findet. Unter Wasser. Sonnenscheinarmee. Während exakt 47 Soldaten auf ihre eigenen 17 zustimmten, war Hermines Geist für einige lange, kostbare Sekunden wie leergefegt. Wieso? Dann ergab Schlagartig alles einen Sinn. Jedes Mal, wenn einer der ursprünglichen Sonnenschein-Soldaten von jemandem im Namen Sonnenschein zerschossen wurde, würde sie einen Quirre-Punkt verlieren. Wenn einer der beiden Armeen zwei Sonnenschein-Soldaten trafen, wären beide feindliche Armeen zwei Punkten näher daran, sie zu überholen. Es war für beide also derselbe Gewinn, nur dass sie ihn untereinander aufteilten. Und für den Fall, dass irgendwer einen anderen Soldaten nicht im Namen von Sonnenschein erschoss, war vorgesorgt. Der darauf folgende Gong würde selbst in den Wehren der tobenden Schlacht nicht unbemerkt bleiben. Plötzlich war Hermine sehr froh darüber, dass Sabine nicht den offensichtlichsten Plan verfolgt hatte, Unfrieden zwischen den beiden anderen Armeen zu stiften, während sie Sonnenschein attackierten. Dennoch, dieses Gefühl, wenn die eigenen Chancen schwanden und einem Schritt für Schritt oder vielmehr Gong für Gong jede Hoffnung geraubt wurde, war einfach entmutigend. Die meisten von Hermines Soldaten wirkten noch immer verwirrt. Erst nach und nach erkannte Hermine auf einigen Gesichtern, Anzeichen des Entsetzens, als sie begriffen, was ihr vor sich ging. Wir kriegen das hin, meldete sich in diesem Moment Susan Bones mit fester Stimme zu Wort. Viele Köpfe drehten sich augenblicklich um und schauten den Sonnenschein-Captain mit einer Mischung aus Zweifel und Hoffnung an. Unser Job bleibt der gleiche, genau wie wir es besprochen haben. Wir werden so viele mitnehmen, wie wir können. Und denkt an unseren großen Vorteil. Sabine hat alle Spione mitgenommen, so dass wir im Gegensatz zu den anderen nicht auf der Hut sein müssen. Auf ihre Worte ließ ihr ein trotziges Lächeln folgen, das ein zustimmendes Nicken bei vielen der anderen Soldaten darauf beschwor. Hermine registrierte verwundert, dass sie selbst eine leichte Kopfbewegung verführt hatte. Es kann wieder so wie im November sein. Wir müssen uns nur behaupten, im Kampf unser Bestes geben, untereinander vertrauen. In diesem Moment traf der Ebner sie von hinten mit einem Zauber. Neville unter Wasser mitten im Schlachtfeld. Blut für den Blutgott, kreischte Neville von Chaos. Da er unter Wasser war, klang sein Schrei allerdings eher wie Blut für den Blutgott. Captain Weasley schnellte herum, richtete den Zauberstab auf Neville und feuerte. Doch Neville schwamm genau von oben, mit direkt vorausgerichtetem Zauberstab auf ihn zu. Was bedeutete, dass der simpte Schild sein gesamtes Profil schützte. Wenn ihn jetzt irgendjemand treffen sollte, dann würde das mit Sicherheit nicht Sunny Run sein. Ein grimmiger Ausdruck der Entschlossenheit trat auf Captain Weasleys Gesicht. Er hielt Fallgerade auf Neville zu und dieser sah deutlich, wie Weasleys Mund das Wort Contigo bildete. Die zwei verfeinerten Champions schossen mir von der Sehne geschnellte Pfeile aufeinander zu. Ein jeder fest entschlossen, den anderen in der Mitte zu spalten. Sie hatten sich schon viele Male zuvor duelliert, doch dieses Mal war es endgültig. Dieses Mal würde alles entscheiden. Am weit entfernten Seeufer hielten 100 Kehlen den Atem an. Regenbögen und Einhörner, brüllte der Sonnenschein-Käpten. Die schwarze Ziege mit 1000 Zicklein, entgegnete sein Kontrahent in nicht geringerer Lautstärke. Mach deine Hausaufgaben! Näher und immer näher stürmten die zwei Champions aufeinander zu. Keiner von ihnen war willens, auch nur das kleinste Stückchen auszuweichen, denn beide wussten, was dann passierte. Der erste, der Abtrete, würde unweigerlich eine verwundbare Breitseite bieten und damit sofort erschossen werden. Wenn hingegen keiner die Nerven verlor, würden sie direkt ineinander krachen und was dann passierte, würde sich in den nächsten Sekunden zeigen. Neville fiel geradewegs nach unten, während der Feind zeitgleich hinaufstieg, um ihn zu treffen. Es war wie ein Hammer, der sich auf einen Amboss senkte. Keine Chance, dass einer von beiden seinen Pfad freiwillig verlassen würde. Spezialattacke! Chaotischer Wirbel! Neville registrierte mit einer gewissen Befriedigung den Ausdruck des Entsetzens, der sich auf Captain Weasleys Gesicht ausbreitete, als der Schwebezauber ihn erfasste. Sie hatten es kurz vor Beginn der Schlacht getestet, und genau wie Harry vermutet hätte, wurde Wingardium Leviosa zu einer völlig neuen Art von Waffe, sobald man es unter Wasser einsetzte. Verflucht nochmal Longbottom, kreischte Ron Weasley. Kannst du nicht einmal kämpfen ohne deine dämlichen Spezialattacken? Aber in diesem Moment war der Sonnenschein-Kapitän bereits seitlich herumgewirbelt worden, und Neville nutzte die Gelegenheit, ohne zu zögern. Er schoss seinem Rivalen ins Bein. Ich kämpfe nicht fair, sagte dann zu der schlafenden Gestalt. Ich kämpfe wie Harry Potter. Granger 237 Malfoy 217 Potter 220 Harry Es schmerzt sie noch immer, wenn er Hermine erschießen musste. Harry konnte den Anblick des friedvollen Ausdrucks, der sich dann unweiglich auf ihr schlafendes Gesicht legte, kaum ertragen. Genauso wenig, wie er die nun zieles dahintretenden Arme und die Sonnenstrahlen, die über ihre Tarnuniform und die Wolke ihres trastanentbraunen Haaresglitten, ertrug. Aber wenn Harry sich davor gedrückt hätte, derjenige zu sein, der sie erschoss, dann hätte nicht nur Draco das gewusst, sondern Hermine wäre auch überheils beleidigt gewesen. Und das konnte er durchaus nachvollziehen. Sie ist nicht tot, erinnerte Harry sein Gehirn, während seine Fußtritte ihn von der Stelle vortrugen, an der es passiert war. Sie schläft nur, du dumm Kopf. Bist du dir sicher? entgegnete sein Gehirn. Was, wenn sie nicht mehr atmet? Sollten wir nicht zurückgehen und nachsehen? Harry warf einen flüchtigen Blick zurück. Siehst du, ihr geht's gut, dachte er berührend in Richtung seines Gehirns. Da kommen Blasen aus ihrem Mund. Könnte aber auch ihr letzter Atemzug sein, der da gerade entweicht, kam es prompt zurück. Ach, halt doch die Klappe. Warum bist du überhaupt so übervorsichtlich paranoid? Ähm, klingelt es vielleicht bei dem Stichwort erste echte Freundin, die wir in unserem ganzen Leben hatten? Und weißt du noch, was mit unserem Hausstein passiert ist? Nun reicht es Harry endgültig. Gib endlich Ruhe wegen dieses wertlosen Stückchens Schutt. Es war nicht damit lebendig, geschweige denn empfindungsfähig. Das ist so ungefähr das armseligste Kindheitstraum aller Zeiten. Zwischenstand 1 Die beiden Armeen trennten sich eilig und wurden wieder zu zwei separaten Schwisschwärmen. General Granger war 17 Punkte zurückgefallen und hatte drei Chaoten und zwei Drachen mit sich genommen. Ein weiterer Chaot und zwei Drachen waren als Verräter erschossen worden. Dementsprechend hatte sie netto sieben Punkte verloren, während Harry einen und Draco zwei eingebüßt hatte. Folglich war Sonnenschein in den Drachen mittlerweile 20 Punkte und Chaos um 17 Punkte voraus. Was bedeutete, dass Chaos, wenn es alle 20 verbleibenden Drachen ausschaltete, selbstverständlich noch immer mit Leichtigkeit gewinnen konnte. Außerdem blieben dann natürlich noch jene sieben Sonnenschein-Soldaten, wenn man sie so nennen konnte, übrig geblieben waren. Weitere Entwicklungen Chaos Die zwei Fischschwärme schwaben unruhig nebeneinander her. Die Soldaten beider Armeen warteten nur noch auf den Befehl, um endlich ihre wahre Zugehörigkeit verkünden und sich gegenseitig angreifen zu können. An alle, die sie bekommen haben, ertönte Harrys Stimme. Denkt an die Spezialbefehle 1 bis 3 und vergesst nicht, dass für Nummer 3 Merlin Sark gilt. Bitte nicht bestätigen. Die vertrauenswürdigen zwei Drittel der Armee nickten nicht, während das andere Drittel lediglich verwirrt wirkte. Harry rief sich seine Erklärung zum Spezialbefehl 1 ins Gedächtnis. Haltet euch in dieser Schlacht nicht mit irgendwelchen Codewörtern auf und verschwendet keine Energien auf irgendwelcher Pläne, die nicht explizit vom Commander autorisiert wurden. Schwimmt einfach, schützt euch und feuert, wann immer ihr könnt. Ja, dachte er im Stillen. Stimme-Fehl war zweiflos eine gute Wahl gewesen. Hermine und Draco hatten beide den ganzen Dezember lang versucht, ihre Soldaten vom Spieden eigener Pläne abzuhalten. Harry hatte genau andersherum reagiert. Er hatte seine Soldaten darin bestärkt, an möglichst vielen Verschwörungen mitzuwirken und die Pläne seiner Soldaten während der letzten zwei Schlachten wurde unterstützt. Das war allerdings nicht seine einzige Maßnahme in dieser Sache gewesen. Gleichzeitig hat er ihnen auch immer wieder deutlich gemacht, dass er sie vielleicht irgendwann in der Zukunft bitten würde, einen oder auch zwei ihrer Pläne auf Eis zu legen. Diesem Anliegen waren die Soldaten immer ohne zu murren nachgekommen. Harry war überzeugt, dass sich dieses Vorgehen jetzt in dieser kritischen Schlacht auszahlen würde. Seine Soldaten würden, im Gegensatz zu denen von Hermine oder Draco, zöpflos bereitwillig gehorchen. Denn es machte einen erheblichen Unterschied, ob die eigenen Soldaten einen als potenziellen Mitverschwörer einstuften oder als einen kriegsgräbigen alten Spielverderber, der ihnen keinen Spaß gönnte. Das aufrechte Halten der Ordnung war nun einmal gleichbedeutend mit der Eskalation des Chaos. Und umgekehrt galt das ebenso. Da sind sie! rief jemand und deutete auf sie. Aus der Tiefe des Sees stiegen die Vergessenen auf, die sieben verschollenen Sonnenschein-Soldaten, denen die letzte Schlacht versagt geblieben war. Sie waren in die leuchtende Aura der Feiglinge getaucht und boten damit einen durchaus beeindruckenden Anblick. Da sie nun zur Schlacht zurückkehrten, verplastete dieser jedoch schnell. Ein seltsames Flattern ging mit hier rein der zwei Fischschwärme. Ihre Zauberstäbe schwankten. Nicht feuern! rief Harry und General Malfoy schloss sich mit einem ähnlichen Befehl an. Für einen Moment lang hielten alle den Atem an. Dann schlossen sich die sieben Sonnenschein-Soldaten dem Drachentrupp an. Triumphaler Jubel von Seiten der Drachen und Schreie des Entsetzens von einem Drittel der Chaos-Legion begleiteten diese Entscheidung. Von den anderen zwei Dritteln lächelten einige, was nicht der Fall hätte sein sollen. Harry lächelte nicht. Das würde sowas von nicht funktionieren. Aber Harry war einfach nichts Besseres eingefallen. Spezialbefehle 2 und 3 immer noch in Kraft! rief er. Kämpft! Für die Chaos-Legion brüllten die 20 Chaos-Legionäre. Für den Drachentrupp brüllten 20 Drachenkrieger und sieben Sonnenschein-Soldaten. Und während sich all die Verräter zum Angriff bereitmachten, tauchten die Chaoten binnen Sekunden nach unten ab. Weitere Entwicklungen Drachen Granger 237 Malfoy 220 Potter 226 Dracos Kopf fuhr wie rasend herum. Verzweifelt versuchte er zu erfassen, was da gerade geschah. Irgendwie hatte er trotz seiner größeren Streitkräfte die Initiative verloren. Zwar wurden vier kleine Streitkräfte der Chaoten von vier größeren Drachen verfolgt, doch da Dracos Streitkräfte eine Konfrontation zu erzwingen versuchten, mussten sie dorthin folgen, wohin Chaos floh. Und auf diese Weise entstanden aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grundansammlung chaotischer Truppen, die zielsicher die ungeschützte Flanken der Drachen feuerten. Das dürfte nicht sein, aber es passierte schon wieder. Prismatis, rief Draco und erhob seinen Zauberstab. Den Schild, der daraufhin auftauchte, konnte man sogar im Wasser ausmachen. Es handelt sich um eine funkelnde, mehrfarbige Fläche, die breit genug war, um neben Draco noch fünf andere Soldaten an seiner Seite vor den chaotischen Streitkräften zu schützen. Diese hatten gerade im Vorbeischwimmen das Feuer auf sie eröffnet. Exzellent. Der Schild erlaubte den fünf Drachen ihre Aufmerksamkeit weiter der chaotischen Streitmacht zuzuwenden, die sie ursprünglich verfolgt hatte. Als Schlafzauber um Schlafzauber in Dracos prismatische Barriere einschlug, wurde Draco doch ein wenig mulmig zumute. Er hoffte bei Merlin, dass keiner dieser vier Chaoten den Schlagbohrfluch gelernt hatte. Dann endlich ertönte der erlösende Gong für einen Treffer der Drachen, woraufhin die chaotische Streitmacht Hals über Kopf den Rückzug antrat und sich schwimmend davon machte. Draco ließ, nur mit leicht zitternden Händen, die prismatische Barriere und den Zauberstab sinken. Im Wasser zu kämpfen war sogar noch anstrengender als auf Besen stiehlen. Keine Verfolgung aufnehmen, rief Draco seinen Soldaten zu, die gerade dazu ansetzten, den Chaoten nachzujagen. Sonoros, sammelt euch um mich! Die Drachenstreitkräfte strömten um Draco herum zusammen, während die Chaoten herumwirbelten und augenblicklich begannen sie anzugreifen. Als Draco den Klang eines chaotischen Treffers vernahm, zuckte er kurz zusammen. Offensichtlich hatte jemand sein Simptonsschild nicht richtig ausgerichtet. Doch dann kamen die Drachenkräfte endlich so nah zusammen, dass sie sich gegenseitig unterstützen konnten. Und damit keine Angriffsbleche mehr boten. Draco sah zufrieden, wie sich die Chaoten in die ferne Dunkelheit zurückzogen. Die Bilanz dieses Aufeinandertreffens war nicht gerade ermutigend. Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit seiner Armee war es ihnen lediglich gelungen, drei Treffer gegen die Chaoten zu erzielen. Diese hatten im Gegenzug gleich vier Punkte kassiert. Und zu allem Überfluss hatte Draco auch noch vernommen, wie ein Drachenspiel und exekutiert wurde. Harry Potter musste sich entweder sehr schnell verdammt viele wirklich gute Ideen einfallen lassen haben, oder er hatte sich aus irgendeinem unvorstellbaren Grund bereits vor der Schlacht sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man unter Wasser kämpfte. Aber egal, was es war, seine Strategie funktionierte jedenfalls nicht und musste daher überdacht werden. Doch wo sollte er ansetzen? Offensichtlich war es zunächst, dass seine Soldaten Probleme damit hatten, gleichzeitig zu schwimmen und zu zielen. Hinzu kamen die zeitlichen Schwierigkeiten. Ein Blick zum nur noch halbvollen, fernen Unterwassermund bestätigte, was er schon befürchtet hatte. Langsam aber sicher lief ihn die Zeit davon. Das war nicht gut. Er musste sich schnell etwas Neues einfallen lassen. Nur was? Wie lauten die Befehle? fragte Padma Patil, die zu Draco nie übergeschwommen war. Padma war sein erster Offizier und Draco war froh darüber. Sie war schlau und stark und was noch besser war, sie hasste Granger und betrachtete Harry als Rivalen. Diese beiden letzten Umstände machten sie äußerst vertrauenswürdig. Mit Padma zu arbeiten, rief ihm die alte Redenzeit wieder ins Gedächtnis, weil die er in seinen Vater einst überrascht hatte. Demnach war Ravenclaw Slytherins Schwester im Geiste. Als sein Vater anschließend erklärt hatte, dass Ravenclaw ein akzeptables Haus für seine zukünftige Braut war, hatte ihn das damals auch ziemlich verblüfft. Inzwischen war das anders. Nun erkannte er den Sinn darin. Wartet, bis alle versammelt sind, entgegnete Draco. Der Wunsch nach einer versammelten Armee war selbstverständlich nicht der wahre Grund für diese Aufforderung. Er brauchte einfach eine kleine Verschnaufpause. Wenn man General und zugleich der mächtigste Zauberer einer Truppe war, musste man immer zu Magie einsetzen. Und das war nicht gerade ein Kinderspiel. Aber das musste Padman natürlich nicht wissen. Sabini, der eine Streitmacht aus zwei Sunnies und vier Drachen anführte, traf als Nächste ein. Unter seiner Führung befand sich unter anderem Gregory, der wiederum ein Auge auf Sabini haben sollte. Denn Draco traute Sabini nicht. Das sind keiner von Dracos Einheiten, die Sunnies die Mehrheit stellten, beruhte darauf, dass weder Draco noch Sabini ihnen genügt trauten. Die Sunnies hielten seines Wissens nach alle entweder direkt loyal zu ihm oder unterstützten doch insgesamt weiterhin Granger. Diese hatten die übergelaufenen Sunnies wiederum mit dem Versprechen getäuscht, dass sie die Drachen am Ende, wenn beide Streitkräfte dezimiert worden waren, betrügen würden. Eine ähnliche Story hatten die vertrauenswürdigeren, übergelaufenen Chaoten auch Harry erzählt. Sie schossen angeblich nicht auf die Sunnies, weil diese versprochen hatten, dass sie später falsche Schlaflüche abfeuern und Chaos unterstützen würden. Zu bedenken war allerdings die Möglichkeit, dass einige der Sunnies tatsächlich loyal zu Chaos standen und daher wirklich keine echten Schlaflüche abfeuerten. Das wiederum würde bedeuten, dass die Drachen nicht so glorreich gewinnen würden, wie es ihnen ihre zahlenmäßige Überlegenheit eigentlich hätte erlauben sollen. Das Eintreffen der nächsten Einheit unterbrach seine Überlegungen. Sie war deutlich dezimiert. Lediglich drei Soldaten hielten den Zauberschleber auf zwei weitere gerichtet, die mit leeren Händen schwammen. Jericho biss die Zähne zusammen. Noch mehr Probleme mit Verrätern. Er musste unbedingt mit Professor Criwell darüber sprechen, wie man Verräter zumindest ein bisschen bestrafen konnte. Die Verhältnisse, die in diesem Spiel aktuell herrschten, waren einfach unrealistisch. Denn wer würde im wahren Leben schon auf die Idee kommen, einen Verräter unbehelligt zu lassen? Alle, vielleicht außer Hermine, würden ihn fürdessen im Notfall zu Tode foltern. General Malfoy, rief der Kommandeur, der sich nähernden, problematischen Einheit. Es war ein Ravenclaw namens Terry. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Cissi hat Bogdan erschossen, aber er sagt, dass er das nur deshalb getan hat, weil Keller ihm erzählt hat, dass Bogdan zu Forspector erschossen hat. Habe ich nicht, rief Keller aufgebracht. Doch hast du, kreischte Cissi. Ich bin sicher, General Malfoy, dass sie der Spion ist. Ich hätte es wirklich... Somnium, sagte Draco. Ein Dreifragon verkündete den Verlust eines Punktes für die Drachen. Wenig später trieb Kellers Flufferkörper im Wasser davon. Draco musste nicht lange überlegen. Inzwischen hat er nicht nur mehrfach Bekanntschaft mit dem Wort Rekursion gemacht, sondern er wäre außerdem ein Experte geworden, wenn es darum ging, einen Harry Potter-Plan zu erkennen. Von Autoimmunerkrankungen hatte Draco allerdings unglücklicherweise noch nichts gehört. Der Gedanke, dass ein cleverer Virus seinen Angriff damit beginnen würde, Symptome einer Autoimmunerkrankung zu erzeugen, damit der Körper seinem eigenen Immunsystem zu misstrauen begann, keimte er nicht. Allgemeiner Befehl, rief Draco mit erhobener Stimme. Niemand außer mir selbst, Gregory, Padma und Terry, erschießt irgendwelche Verräter. Wenn irgendwem irgendwas Verdächtiges auffällt, kommt er sofort zu einem von uns. Ein Gong verkündete, dass Sonnenschein zwei Punkte gemacht hatte. Was? riefen Draco und Sabini fast zeitgleich. Ihre Köpfe fuhren herum. Sie konnten keinen getroffenen Sonnenschein-Soldaten ausmachen, obwohl alle Anwesende da fast waren. Abgesehen natürlich von Pavati, die von einem noch immer unbekannten Verräter in Padmas Trub erschossen worden war. Vielleicht ein Sonny-Verräter bei Chaos? fragte Sabini verwirrt. Aber alle, von denen ich wusste, sollten während des Angriffs von Chaos auf Sonnenschein losschlagen. Nein, rief Padma. Ihre Miene spiegelte ihr schlagartiges Verstehen. Das war Chaos! Sie haben einen Verräter exekutiert! Was? entgegnete Sabini. Aber warum? Aber Draco begriff. Verdammt! Ganz einfach, weil Potter denkt, dass sein Vorsprung zu Sonnenschein ohnehin sicher sei. Bei uns ist er sich dagegen unsicher, wie hoch er uns schlagen kann. Also will er keinen unnötigen Punkt damit verlieren, einen möglichen Verräter zu exekutieren. Draco erhob erneut die Stimme. Allgemeiner Befehl! Wenn ihr einen Verräter exekutieren müsst, dann ruft vorher zuerst für Sonnenschein und vergesst nicht danach wieder zu den Drachen zu wechseln. Ein Angriff später. Die Drachen. Granger 253 Malfoy 252 Potter 252 Longbottoms Körper driftete mit verworrenen Armen und Beinen durchs Wasser. Nachdem Draco ihn endlich erwischt hatte, hatten sie ihn alle noch einmal erschossen, nur um sicher zu gehen. Harry Potter, der sich, geschützt von einer prismatischen Sphäre, in der Nähe auffielte, beobachtete das Geschehen mit grimmigem Blick. Irgendwo in weiter Fern verplasste gerade der letzte Splitter des abnehmenden Mondes. Wenn Longbottom es geschafft hätte, auch nur einen einzigen weiteren Soldaten zu erschießen, wenn die Chaoten nur ein wenig länger durchgehalten hätten, dann hätten sie vielleicht gewonnen. Jekyll wusste, dass Harry in diesem Moment genauso alte Gedanken durch den Kopf gingen. Die gerade zurückliegende Schlacht hatte die Lage erfreulicherweise zugunsten der Drachen verändert. Die erfolgreichen Kämpfe seiner neu sortierten Truppe, sowie die Exekutionen von Spionen in Sonnenscheins Namen hatten dafür gesorgt, dass Sonnenschein nun genau einen Punkt sowohl vor den Drachen als auch vor Chaos lag. Als Harry mit den Exekutionen angefangen hatte, war Draco keine andere wahr geblieben, als es ihm gleich zu tun. Doch das war nichts ihren Machteil gewesen. Denn nun waren die General Chaos mit den überlebenden Drachen, den verbleibenden Sunny-Verrätern, Padma, Sabini und ihm selbst zahlenmäßig überlegen. Und weitere Ausfälle von Seiten seiner Truppe waren zudem nicht zu befürchten. Draco hatte Padma, nachdem Longbottom Gregory erwischt hatte und gleich darauf Draco zum Opfer gefallen war, selbstverständlich angewiesen, Sabinis Zauberstab an sich zu nehmen. Dass dieser ihn daraufhin mit einem beleidigten Blick bedacht und ihm erklärt hatte, dass Draco ihm dafür etwas schulde, ließ sich verschmerzen. Die Hauptsache war, dass Sabini ihn übergeben hatte. Um General Chaos auszuschalten, blieben damit noch zwei Personen übrig. Padma oder Draco selbst. Ich nehme nicht an, dass sie sich ergeben möchten, fragte Draco im betont hoherzvollen Ton. Gleichzeitig warf er Harry Potter sein bösartigstes Grinsen zu. Schlaf statt Kapitulation, entgegnete General Chaos nicht minder elegant. Nur damit du es weißt, führte Draco fort. Sabini hat keine ältere Schwester, die du vor Schlägern aus Gryffindor beschützen könntest, aber dafür hatte er eine Mutter, die nicht viel von Muggelstämmigen wie Granger hält. Und der habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein paar nette Zeilen geschrieben, in denen ich Sabini ein paar Gefallen angeboten habe. Selbstverständlich nichts, was meinen Vater betrifft, sondern nur Dinge, die ich hier in der Schule bewerkstelligen kann. Aber auch dieser gute Wille scheint bei Sabinis Mutter gut angekommen zu sein. Im Übrigen hat sie für den Jungen, der überlebt hat, ohnehin nicht allzu viel übrig. Draco brach mit einem zufriedenen Grinsen ab. Doch dann konnte er sich nicht beherrschen. Nur für den Fall, dass du immer noch dachtest, Sabini sei in Wirklichkeit auf deiner Seite. Ich möchte dich doch keiner illusinären Hoffnung hinterherrennen lassen. Das wäre schließlich unfair. Harrys Gesichtsausdruck wurde noch grimmiger. Draco hob den Zauberstab und begann rhythmisch zu atmen, um Kraft für den Starkbaufluch zu sammeln. Er hatte missbilligend registriert, dass Grangers prismatische Sphäre mittlerweile beinahe so stark war wie seine eigene und auch Harry ihr in dieser Hinsicht kaum nachstand. Woher nahmen die beiden bloß die Zeit? Lagan, rief Draco und legte alles, was er hatte, in den Zauber. Augenblicklich luderte eine grüne Spirale hell auf und sprengte Harrys Schild in tausend Scherben. Doch das war leider nicht das einzige Ereignis dieser Sekunde. Wie aus weiter Ferne hörte Draco im selben Moment Padmas energische Stimme. Ihre Worte waren eideutig. Somnium! Wenige Sekunden später. Harry. Granger. 253. Malfoy. 252. Potter. 254. Harry schießt einen langen Seufzer der Erleichterung aus, der nicht nur davon herrührte, dass er die prismatische Sphäre nicht mehr aufrechterhalten musste. Seine Hand zitterte, als er den Zauberschab sinken ließ. Weißt du, sagte Harry zu Draco, einen Moment lang habe ich mir tatsächlich beinahe Sorgen gemacht. Spezialbefehl 2. Wenn ein Sunny-Verräter nicht wirklich auf euch zu schießen scheint, so gebt gelegentlich trotzdem vor, getroffen worden zu sein. Nehmt eher Drachen als Sunnys ins Visier. Er beschießt auch auf Sunnys, wenn keine Drachen da sind. Und natürlich Spezialbefehl 3. Merlin sagt, schießt nicht auf Blaze Sabini oder eine der Patil-Zwillinge. Mit einem breiten Grinsen streifte Parvati Patil den verwandelten Flicken vom Zeichen ihrer Uniform und ließ ihn im Wasser davon treiben. Gryffindor ist für Chaos, sagte sie und händelte Sabini seinen Zauberstab aus. Verbindlichsten Dank, sagte Harry und verbeugte sich schwunkel vor dem Mädchen aus Gryffindor. Und danke auch dir, wandte er sich ebenfalls mit einer leichten Verbeugung an Sabini. Weißt du, als du mit diesem Plan zu mir kamst, habe ich mich gefragt, ob du wahnsinnig oder brillant bist. Und letztlich habe ich entschieden, dass du beides bist. Ach ja, und ganz nebenbei, fuhr Harry schließlich in Richtung Draco gewand fort. Sabini hat eine Cousine, die... Sabinis Somnium unterbrach ihn. Granger 255 Malfoy 252 Potter 254 Harry Potters Körper, dessen Ausdruck von schockenden Sätzen rasch der Entspannung des Schlafes gewichen war, trieb gemächlich davon. Wenn ich's mir recht überlege, meldete sich Parvati fröhlich zu Wort. Wohl doch eher Gryffindorst für Sonnenschein! Und dann brach sie in ein so begeistertes Gelächter aus, wie sie es noch nie zuvor in ihrem Leben vor sich gegeben hatte. Endlich hatte sie es geschafft. Endlich war es ihr gelungen, ihre Zwillingsrest aus dem Weg zu räumen und ihren Platz einzunehmen. Das hatte sie schon immer mal machen wollen, und es fühlte sich fast noch besser an, als sie es sich vorgestellt hatte. Es war einfach perfekt. Alles war einfach perfekt. Bis sie Sabinis Zauberstab auf sie richtete. In einer blitzschnellen Bewegung fuhr Parvati herum. Stopp, rief Sabini. Nicht schießen, und keinen Widerschnell leisten. Das ist ein Befehl. Was? fragte Parvati verwirrt. Sorry, entgegnete Sabini und trug dabei eine entschuldigende Miene zur Schau, die Parvati nicht ganz aufrichtig vorkam. Aber ich kann nicht absolut sicher sein, dass du wirklich auf Sonnenscheins Seite stehst. Deshalb befehle ich dir, dich von mir erschießen zu lassen. Moment mal, unterbrach ihn Parvati. Denk dran, dass für Chaos nur einen Punkt voraus sind. Wenn du mich jetzt erschießt, dann... Ich werde dich natürlich im Namen der Drachen erschießen, erwiderte Sabini und klang ein wenig überheblich. Dass wir sie auf diese Weise hereingelegt haben, heißt noch lange nicht, dass wir diese Methode nicht auch für uns nutzen können. Parvati starrte ihn an. Ihre Augen verengten sich zu schlitzen. General Malfoy hat erzählt, dass deine Mutter Hermine nicht ausstehen kann. Das mag durchaus sein. Sabini hatte immer noch dieses überhebliche Grinsen im Gesicht, das Parvati langsam, aber sicher wahnsinnig machte. Aber stell dir vor, einige von uns sind im Gegensatz zu Draco Malfoy durchaus bereicht, eines ihrer älteren Teile zu verärgern. Harry Potter hat außerdem gesagt, dass du eine Cousine hast. Fehlanzeige. Bewahrte starrte Sabini einige wertvolle Sekunden einfach nur sprachlos an. Sie belegte fieberhaft, doch sie war nicht wirklich gut darin, Verschwörungen zu durchschauen oder gar selbst welche zu schmieden. Sie hatte Sabinis Worte noch im Ohr, als er ihnen den Plan erklärt hatte. Demals sollten sie versuchen, den Punktestand von Chaos und Drachen insgesamt so weit wie möglich anzugleichen. Auf diese Weise würden die beiden feindlichen Armeen, um zu verhindern, dass sie auch nur einen einzigen überflüssigen Punkt verloren, Sonnenscheinsnamen verwenden, wenn sie einen Verräter exekutierten. Und diese Strategie hätte offensichtlich funktioniert. Aber dennoch, Pavati hatte das sichere Gefühl, dass sie in diesem Augenblick ein entscheidendes Detail entging. Sie verschließt nicht keine Slytherin. Warum erschieße ich dich nicht im Namen der Drachen? fragte sie. Weil ich einen höheren Rang habe, erwiderte Sabini knapp. Pavati hatte ein mieses Gefühl. Sie starrte ihn einen weiteren, scheinbar endlos langen Moment schweigend an. Dann begann sie zu sprechen. Somni, Schlagartekurte ihr bewusst, dass sie nicht für Drachen gesagt hatte. Pavati verstummte. Granger, 255. Malfoy, 254. Potter, 254. Hey Leute, sagte das sichtlich amüsierte Gesicht von Blaseveenig auf den Schirmen. Ich schätze, jetzt hängt alles von mir ab. Das Gesamtstudio verliert den Atem an. Sonnenschein lag um exakt einen Punkt vor Chaos und den Drachen. Blaseveenig konnte sich selbst im Namen von Chaos oder auch im Namen der Drachen erschießen. Oder die Dinge lassen, wie sie waren. Eine Serie von Gongschlägen signalisierte den Beginn der letzten Spielminute. Über das Gesicht des Slytherins zog sich ein seltsames, schiefes Lächeln. Er spielte Geistersabwesen mit seinem Zauberstab, dessen dunkles Holz, dem fast ebenso dunklen Wasser kaum zu erkennen war. Wisst ihr, sagte Blaseveenig in einem Tonfall, der erkennen ließ, dass er diese Worte schon eine ganze Weile einsteht haben musste. Im Grunde ist es doch nur ein Spiel und Spiele sollten Spaß machen. Wie wär's also, wenn ich einfach mache, wonach mir gerade der Sinn steht? Das ist doch nur ein Spiel. Das ist doch nur ein Spiel. Vielen Dank.